sofern das geld reicht ich mich gleich noch mal kopieren es geht auch so dann oder element entfernen so hatte ich das nicht so unbedingt vor was man die hier verkaufen 24 nur so ein witz für 30 gehofft es ist auch die sind fast neu jawohl waschen und so ist vorne und kann man die hinten die noch ein bisschen eleganter aus und einrichten und das ist ein bisschen hübscher und das war schon wieder mit unserem geld hat keiner gebergt das neue esstichtstühle da sind ja ich muss los danke ja tschüss bis zum nächsten ok er muss los du wolltest zum kühlschrank ja du hast hunger wir holen nämlich das hier essen kann man das irgendwie nach nach dem sortieren lassen ein gericht nehmen portionen nehmen ich weiß nicht wie viel da drin ist der tut aber auch nicht was ich will ne nötig so gar nicht ok warte mal streichen das weg und streichen das mal weg vielleicht kriegen wir ihn dann dazu bewegt und zwei portionen das ganze gericht keine ahnung der wird schon essen ich meine er hat man im wohnen sie ist so unbohlen muss ich mir gerade gut an die wohnen uns fällst mir nur vom fleisch sie ist jetzt wieder ok ich meine ob man das hier irgendwie sortieren kann von wegen haltbarkeit oder so das wäre natürlich gut könnte man das essen was uns nächstes schlecht wird das war jetzt auch noch vier stunden dann ist das nüberschrank nein gut gleich einmal rüberspülen für die ist nein 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 naja dem ist ja mal da noch spülmaschinen alles mit mir irgendwann definitiv warum ich sie mir jetzt wieder um wollen ach die deko ist sehr hässlich welche deko die spülmaschinen die spül oder was die kodium ich weiß nicht welche deko die so hässlich finden ich meine hier ist schön da ist schön ist alles wunderschön hier könnt euch eine hause mal lassen wir uns mal so schön wie damals sehr hübsch geworden wie du mir jetzt hier schon mal siehst du oh 306 ocken von was das denn ach kazuja ist gekommen kazuja ist wieder da juppi juppa juhu jetzt ich komme so ich glaube ist ja den merkt man treu ne couch mit kasschen machen auf der couch ok kannst du machen bei ihm jetzt zu tja bis auf die einrichtung ja 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 ich kauflein und teppich äh apropos wir haben 305 ocken müssten wir nicht eine rechnung bezahlen hust 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 bisschen bisschen nicht viel aber moment das radio läuft auch ohne strom ja moin läuft läuft bei dir linke seite kazuja warte mal was rechte seite hm snubi hehehe nein nein das lassen wir erst mal ich meine bevor die hier irgendwie ne tralala haben oder so und zusammen kommen oder so dann ne sonst äh schlafen die wieder nicht und so mal als jedes mal wenn sie durch den flur rennen ne kann das sein hat er nicht teppich und ne teppich nicht aber da liegen schöne dinge rum und häuspaket und ich weiß gar nicht was die haben der ist so wunderschön der flur wie sollen sie sich mal hier ne also echt mal wie sollen wir doch mal hier ja gut der dauert wahrscheinlich ein bisschen mit seiner arbeit doch naja jetzt sollte ich noch was zu essen gut musst du auch weg da zu euch kannst du aber jetzt nicht noch was essen bevor es ganz weniger ist warte mal ich guck mal mehr öffnen irgendwie mit dem pop-up dings geht so gar nicht ne warte mal die waren irgendwie äh gericht nehmen ja nimm mal das das gericht mein lieber hat und äh gut nun mal bevor es nicht hinüber ist achso das fossilen steinchen ein uralter siedemamo ich mach mal langsamer wo ist denn jetzt kaputt oh nein von übelkeit geplagt oh nein ist zu spät gewesen wahrscheinlich so ein uraltes siedementa bla 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 da steht mit eigenartigen einschlüssen vielleicht bringt ein genauer untersuchung etwas besonderes heraus ok das können wir jetzt untersuchen fossil extrahieren ok äh äh reptor kralle selten als gewöhnlich 70 ucken umgebung 3 ja kann man auch ein paar kamin packen oder so ne warum ist das jetzt so durchgestrichen auf den boden geht auf den kamin nicht da geht auch nicht ok kann man das nicht irgendwo auf den tisch die raptor kralle auf den tisch genau ja also ja dein schöner wund bitteschön da gibt es ja irgendwie es ist wahrscheinlich auch wieder so ein punktesystem irgendwas ne und wegen der der dings hier hat zu wenig punkte dann ist er hässlich und ich glaube sie muss mal auf klöchen ok na super das war die mit ja hoffentlich werden die sache nicht vielleicht ok jetzt scheint es langsam besser zu gehen äh und zufrieden beim müll ok sie zockt ein bisschen was macht es irgendwie eigentlich pennen mach aber was macht der sonst pennen natürlich könnte sein dass wir demnächst das Wasser mal aufstellen oder so die machen ja eins nach meinen anderen und die fährt aber gut das Wasser ist nun klar ich könnte ja mal gucken mit der Rechnung ne wie viel müssen wir bezahlen 655 ok ja ach das kann man anklicken oder was äh unbezahlte Rechnung 95 ja ok äh jetzt haben wir ja bezahlt oder gibt es ja nochmal äh oben drauf äh strafe äh strafe ok grundstücksteuer das ist das echt teuerste ne grundstücksteuer ist das eigentlich ne das ist steuer keine Pacht stromtralala also ich weiß auch nicht warum das so mega teuer ist stromvergütung strafen aha ja also ich weiß nicht ob das irgendwie sieht man das wie viel raum bringt an an punkte oder auch nicht oder also so über hier irgendwas machen können und ob das was sie dass sie ein bisschen glücklicher sind die im fußboden ja gut wir sehen die flue so gar nicht kann es sein dass da überhaupt kein tapete dran ist gar nicht bilder und so nein das waschbecken ist kaputt das klo ist verstopft hier sieht doch recht hübsch aus ja ich gesagt sieht ein bisschen aus dem bunker oder sowas ja gut wir müssen mal tapeten holen oder mit tapeten ja die hülle ist der wand etc pipa boni ich will der peter mit patete ist auch kein tapater peter im wandschmuck mit tapeten haben ich kann ja montan nicht irgendwie wände und leere zimmer wie das ist ja zum bauern so tapete gesamte zimmer ok aber nicht im esszimmer oder acht rocken mit portüre 64 ok in holla wie viel ein bisschen schöner die wohnung wieder ne tada haus flipper ist da oder so zack ei 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 tapete so ist doch ja ne da ist das so uah schränke dings das sind so fliesen ne mit sich so ganz ja das ist auch so fliesen wie du uns was ist das das wird bestimmt auch ganz willig okomano 4 der gefällt ihnen das häuschen dann wissen wir so dass wenn sie nicht aussparen ja noch so rot mit portüre etc das könnte man im schlafzimmer anbringen bis auf nötigstes entblößt ja aber ich habe noch die farbe zum bau oder also ich muss dann wahrscheinlich so machen und dann habe ich es ja jetzt ja ein inser kann doch jetzt auch verschiedene waren nehmen ne ich glaube wir haben kein geld mehr das könnte sind ach es ist gut vielleicht können wir später auch dings machen ja ähm kopieren etc aber es ist relativ gut eingerichtet ne also hier mit bildchen dran und dran und dran und dran ach guck mal das badezimmer und so jetzt sind doch langsam form an das haus würde ich sagen ich hoffe jetzt habe ich auch die farben drin die die mögen weil die sims können auch farben nicht mögen oder so ne dann sagen die auch so ist jetzt nicht so jans meine farbe ne oh gotten aus und sprich strich könnten auch machen ne ei 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 Joe und das ding blende auch noch ein bisschen aus die hatte doch gerade noch die uniförmung von arbeit die gute kasuja das kann auch sein kühlschrank aufwohnen und was ist schöner es sieht auch nicht mehr so köstlich aus ich weiß nicht ob er stinkt was essen irgendwie gar nicht ja auch wo im kopf das war na hab ich die bildhörter mit sieht nicht mehr so plötzlich aus warte mal ähm kann man irgendwie mal sehen verdorben ja dann ist das mal hier vielleicht oh hier klingelt's ja moin ich hab nichts bestellt